Sehr gut, gefallen mir auch die Loops. In der Loopbank finden sich 15 Instrumente. Pro Instrument hat man 24 Loops zur Verfügung. Auch hier kann wieder die Geschwindigkeit eingestellt werden. Die Tonhöhe wird über die unteren Keyspitches angesteuert. Hören wir noch ein bisschen in die verschiedenen Instrumente rein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mir gefällt, dass die Loops meistens genug Freiraum lassen, um damit zu arbeiten und man nicht harmonisch oder melodiös festgelegt ist.